Ist das nicht toll? Guck mal, Zwillingseier. Fertilized Christmas Egg, da sagt er nicht, was rauskommt. Baby Alpinotter, jawoll! Mein Traum wird wahr. Ja, ist denn hier schon Ostern, oder was? Ah, das ist so cool, das ist so jubiger. Das ist der... Oh! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Arc. Survive the Wolf mit Randy's Christmas Mod. Zwischen dieser und der letzten Folge habe ich ein Stoßgebet zum Weihnachtsmann gesendet. Dass er mir doch bitte seinen Elfenstaub zukommen lässt, der auch seinen Schlitten und seine Rentiere zum Fliegen bringt. Und ich habe Erfolg gehabt. Der Weihnachtsmann hat auf mich gehört. Schaut nur, was hier passiert. Schaut nur, was ich kann. Mein Rentier kann fliegen. Juhu! Hahaha. Juhu! Das ist der Wahnsinn! So kann ich natürlich diese ganzen Eternal-Viecher einfach links liegen lassen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist das Wunder von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten. Verbraucht er eigentlich Stamina, wenn er fliegt? Nee. Sehr gut. Haha. Hohoho! Ich meine natürlich, hohoho! Hohoho! Hoho! Meine ich natürlich. Hoho! Wie cool sich das steuern lässt. Juhu! Hehehehe. So, jetzt nur die Frage. Wo gibt es hier leicht zugängliche Kristalle? Wo kann ich jetzt hin? Ich würde mal sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal... ...ins Vulkanbiom, würde ich sagen. Da gehen wir jetzt mal hin. Das machen wir jetzt mal. Und dann schauen wir uns... Moment, gibt es hier oben Kristalle zufällig? Kristalle, Kristalle? Nö, gibt es nur Obsidian. Jetzt müssen wir natürlich im Vulkanbiom extrem aufpassen. Denn da könnte es nämlich sein, dass uns dort eine Welle von Viechern entgegenschwappt. Aus Eternal. Und da müssen wir aufpassen. Das wäre nicht so gut. Und natürlich ist mir hier heiß. Das heißt, ich muss mal schnell mich entledigen meiner Klamotten. Ich muss nackt rumlaufen. Sonst habe ich hier mit meinem Fellkram, meiner Fellrüstung, meiner Weihnachtslüstung habe ich hier nur Probleme sonst. Oh, da unten ist ein Ketz. Aber das ist kein Eternal Ketz, oder? Das ist ein normaler Ketz. Das ist kein verbesserter Ketz oder so. So, wo sind jetzt hier Kristalle? Ich weiß, dass es hier welche gibt. Im Vulkanbiom. Ich weiß aber auch, dass es hier, genau, Atrupleuras und sowas ganz hässliches gibt. Und Spinnen. Hast du nicht gesehen. Ih! Schnell weg. So, wo, wo, wo sind die Kristalle? Wo sind sie? Jetzt wird es auch gleich dunkel. Da sind Kristalle. Ist hier was Gefährliches? Ist hier irgendwas? Direkt nebenan? So, dann würde ich doch mal sagen. Kann ich jetzt abspringen, ohne dass was passiert? Ja. Sehr gut. Da haben wir nämlich auch die seltenen Pilze. Die brauchen wir ja auch. Wunderbar. Muss ich mal gucken. Oh. Also hier kreucht und fleucht es in großen Mengen. Da müssen wir aufpassen. Wo mag es noch Kristalle geben? So ein fliegendes Rentier ist echt praktisch. Ich kann jetzt langsam verstehen, warum der Weihnachtsmann so viel Spaß in seinem Job hat. Weil alleine schon die Vorfreude, sich wieder auf den Schlitten zu schwingen mit den fliegenden Rentieren, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wenn ich jetzt noch einen Schlitten hätte, ey, dann wäre ich King. Dann wäre ich King Christmas. Aber irgendwie sind hier nicht so viele Kristalle. Oh. Aber dafür umso mehr Weihwarn. Ah. Um Gottes Willen. Nein. Bloß weg hier. Hoffentlich erwischen sie mich jetzt nicht. Nein, jetzt bin ich ja wieder im Schneebiom. Oh Gott. Ich weiß, wo ich Kristalle herkriege. Ich weiß, wo ich ganz viele Kristalle herkriege. Mich beeindruckt das auch gerade, dass das fliegende Rentier so wahnsinnig schnell ist, muss ich mal sagen. Das ist echt der Wahnsinn hier. Und es hat ein Level Up. Moment. Da geben wir mal gleich Movement Speech. Würde ich sagen. Haha. Wie ich mir am Sattel festhalte. Hehehehe. Juhu. So. Dann fliegen wir mal hier durch den Canyon durch. Da sind auch noch die Alos. Moment mal. Irgendwer hatte gesagt, ich hätte meinen Griffin hier im Canyon geparkt. Meinen einen High-Level-Griffin. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Habe ich den echt hier geparkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Hier ist auf jeden Fall die Kristallhöhle. Da gehen wir jetzt mal rein. Oh, ich muss mich dringend anziehen. Aus irgendeinem Grund ist es hier sehr kalt. Weihnachtsmütze auf den Kopf und dann passt das schon. So, dann steige ich mal ab. Kann ich auch gleich mal trinken hier. Wunderschön. So, dann gehen wir mal. Oh Gott. Genau. Hier rein. Flupp. Flupp. Sehr gut. Haha. Es regnet Kristalle. Die nehmen wir jetzt hier alle mit natürlich. So viel wir tragen können. Und wahrscheinlich war es das auch schon. Moment. Die nehmen wir noch hier. Genau. Wunderbar. Jetzt bin ich auch voll. Jetzt kann ich mich schon fast nicht mehr bewegen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, gucke mal. Das ist doch gut. Die Steine schmeißen wir aber mal weg, würde ich sagen. Die müssen wir nicht behalten. Das ist doch super hier. Dank der tollen Spitzhacke vom Weihnachtsmann haben wir da auch einen ordentlichen Schwung bekommen. Boah, da hinten sind aber auch, guck mal, da sind Kristalle im Wasser. Auch interessant. So, dann fliegen wir mal wieder zurück. Mit Rudolf. Mit Rudi. Dem fliegenden Renntier. Höh. Das ist doch auch mal schön. Das ist so richtig weihnachtlich hier, muss ich mal sagen. Fliegendes Renntier. Mit einer roten Nase. Sollte vielleicht auch mal eine Fackel anmachen, dass man das ein bisschen besser sehen kann hier. So. Haha. Ich bin der Weihnachtsmann. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Juhu. Juhu. Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Ich bin auch mal gespannt jetzt auf die Weihnachtsgeschenke in Randys Christmas Mod. Weil es gibt ja da noch diese, diese Sachen, die man machen kann. Man kann diese ganzen Gebäckstücke zum Beispiel craften. Man kann Zutaten für weitere Gebäckstücke craften. Man kann sowohl in dem Weihnachtsbaum Gebäckstücke craften, als auch in dem Ofen von der Omi. Und das heißt, man kann da noch richtig viel machen. Und da bin ich mal richtig gespannt drauf, was es da noch alles gibt. Und vor allem, was die ganzen Sachen machen. Weil das war ja eigentlich auch bei Randys Halloween Mod eigentlich das coolste. Diese ganzen konsumierbaren Dinge. Diese ganzen Süßigkeiten und so. Und was die dann alles so für Effekte hatten. Da bin ich mal wirklich gespannt, was wir jetzt hier in Randys Christmas Mod so für tolle Sachen drin haben. Dazu müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder nach Hause kommen. Das geht dank des fliegenden Rentiers zum Glück ganz schnell. Und wir haben kein Problem mit irgendwelchen Eternal Viechern. Das ist natürlich sehr nice. Ich glaube hinter dem Hügel... Nee, Moment. Ich glaube da hinten war es, ne? Da so, da hinten. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich mich aufgebaut habe. Höhöhöh. Also wo ich die... Ja, das war doch da. Das war da, wo der Lootrop runter geht. Doch, doch. Ich habe alles im Kopf. Also ich habe es sowieso im Kopf. Davon mal abgesehen. Aber ich habe voll den Plan jetzt. Na, wir gehen da jetzt hin. Und wir schauen mal, dass wir noch ein bisschen was von dem Christmas Mojo da machen können. Von der Christmas Magic. Und da müsste man eigentlich auch schon die ersten Plätzchen craften können. Wie immer gespannt. Wie immer sehr, sehr gespannt. So, da vorne ist Christmas Hausen. Anflug auf Christmas Hausen. Landeanflug. 45 Grad. Auf Ziel halten. Nein, was ist denn jetzt los? Müsste der gerade kacken? Ich glaube ja. Juhu. Landevorgang einleiten. Ha. Sauber. Okay. Dann würde ich doch mal sagen. Steigen wir mal ab. Und dann liefern wir mal gleich die Kristalle in den Weihnachtsbaum ab. Und schauen mal, wie viel Christmas Magic wir da jetzt machen können. Mit diesen Kristallen. Müsste eigentlich einiges sein. Wenn wir jetzt zwei Stacks haben. Christmas Magic. Fünf Stück. War gar nicht schlecht. Drei haben wir schon. Wie viel brauche ich denn. Für. Die. Sachen. Moment. Waren das nochmal drin jetzt? Das war bei. War das bei Decorations? Ne, bei Christmas Gifts war das. Genau. Ah, guck mal hier. If you eat this cookie, Santa will fly by and give you a Christmas present with a silver egg that can hatch a baby reindeer, winter equus or a Kodiak hyenodon. Genau, das war das Ding mit dem Hyenodon. Dann haben wir hier noch. Was ist denn das? Das sieht auch voll lecker aus irgendwie. If you eat this chocolate, Santa will fly by and give you a Christmas present with a bronze egg that can hatch a baby, peppermint gerboa, alpine otter or a little grinch. Das will ich unbedingt machen. Das will ich unbedingt ausprobieren. Und was ist das hier? If you eat this cookie, Santa will fly by and give you a Christmas present with a red egg that will hatch a baby red-nosed reindeer. Oh, cool. Boah, das ist ja voll cool, was man da alles bekommt. Aber ich probiere jetzt mal das aus. Ich probiere jetzt das mal aus. Ein Weihnachtsgeschenk. Ah, ich kann das andere auch noch machen. Dann machen wir das doch. Ein Weihnachtsgeschenk, ein schönes, guckt mal. Was zum Essen, was Leckeres. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der Weihnachtsmann wirklich kommt auch. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir machen mal, damit der Weihnachtsmann nicht Angst kriegt vor dem ganzen Feuer, mache ich mal meine Fackel aus. So, dann esse ich das jetzt mal, ne? Ich esse jetzt erst mal die vier. Wie cool ist denn das, bitte? Das ist ja voll cool. Und jetzt? Oh. Bronze Christmas Egg, drop and incubate to see what Baby Animal Center gave you. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Okay, dann legen wir das doch mal vor den Ofen, würde ich sagen, wenn das hatchen soll, ne? Ah, der Ofen ist leer gebrannt schon. Ich muss mich, glaube ich, auch echt nochmal um Holz bemühen. So, jetzt nicht aufessen, weil ich schätze mal, das kann ich auch konsumen. Schön hinwerfen. Wie lang muss denn das hatchen? Peppermint Baby Jerboa ist da drin. Too cold. Okay, wir müssen schnell den Ofen anmachen. Schnell, schnell, schnell. Ich könnte ihm auch meine Mütze überziehen, meine Weihnachtsmütze. Dann friert's garantiert nicht. So, wie sieht's aus? Immer noch too cold? Incubating. Oh, wie schnell das geht, guckt mal. Dann haben wir das ja gleich. Das ist ja der absolute Irrsinn. Der Wahnsinn. Zehn Sekunden nur. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Oh. Gott, ist das niedlich. Es ist ein Weihnachtstierboa. Guckt euch das an. Das ist Santi. So. Und jetzt, warte mal, du willst ja was zu essen haben, ne? Sonst verhungerst du ja. Aber ich hab ja immer noch... Ahaha. Ich hab ja immer noch den Baby Major Speed auf 0, irgendwas gestellt. Das heißt, ich hab jetzt erstmal ganz viel Zeit, mir hier irgendwie Bären zu organisieren. Frisst du eigentlich auch Kürbisse? Wartet mal. Was ist denn das hier? Es ist Sugar Pie Pumpkin. Mal gucken, ob... Man sieht jetzt halt die Preview nicht. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Oh, es folgt mir ja noch, meine Güte. Es steht doch, glaub ich, noch auf Wandering. Das sollte ich unbedingt mal disablen. Disable Wandering. So, und jetzt, warte mal. Frisst es das? Weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren, indem wir das mal im Inventar lassen. Weil wir haben ja hier auch noch Plätzchen und alles mögliche, ne? Das können wir auch noch machen hier an Omas Ofen. Ihr seht schon. Da haben wir ganz viele Sachen, die wir machen können. Und ja, das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht können wir damit die Tiere auch annähern. Hallo. Hehehe. Ah, es ist dein Weihnachtstier, Boah. So, jetzt esse ich noch das andere Gebäckstück. Das andere Geschenk. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah ja, genau. Der kleine Pfefferkuchen, Mann. Nee. So, Achtung. Oh. Ein Geschenk. Ah, da ist ja doch der Weihnachtsmann. Guckt mal. Der war doch da. Der hat's einfach abgeworfen. Krass. Okay. Was haben wir da drin? Silver Christmas Egg. Drop and incubate to see what Baby-Animal- Baby-Animal-Center gave you. Baby-Center-Animal. Ich hätte sagen, umwobene Baby-Center-Animal. Merry Christmas. So, das kommt auch gleich hier wieder vorm Ofen, bevor uns noch das Feuer aus... Nein, ich hab's gegessen. Oh. Mist. Ich hab den alten Fehler gemacht. Aber ich kann an der Stelle sagen, es hat sehr gut geschmeckt. Aber das wollte ich gar nicht. Moment. Was machen wir nochmal? Äh, wo war das jetzt? Christmas Gifts. Nein. Äh, nein, verdammt. Okay, der Weihnachtsmann hat jetzt mal kurz die Augen zu. Ich muss jetzt nämlich mal dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier, Christmas Magic an den Start kriegen. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Auf mysteriöse Weise habe ich noch in einer versteckten Kiste unter dem Dachboden ein paar Kristalle und seltene Pilze gefunden. Mensch, da hätte ich ja gar nicht losfliegen brauchen. Ach, aber egal. Es ist Weihnachten. Da freuen wir uns über alles, was wir noch so im Haus finden. Und jetzt kann ich nämlich auch weitere Christmas Gifts craften. Wenn ich denn mal in den richtigen Ordner reingehe. Christmas Gifts. Genau, jetzt kann ich den Pfefferkuchen mal nochmal craften. Craft one. Und das würde ich sagen, machen wir doch jetzt nochmal. Und dann bloß nicht wieder das Ei essen, ey. Es ist sowieso lustig, dass der Weihnachtsmann mit Eiern arbeitet. Der klaut quasi dem Osterhasen seine Arbeit. Das ist auch ein bisschen lustig. So, also jetzt nochmal essen. Kommt der Weihnachtsmann. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Da ist er! Haha! Ich habe ihn gesehen. So, Geschenk aufmachen. Silbernes Ei rausholen. Und jetzt bloß nicht essen. Bloß nicht essen. Ah, ich komme hier nicht durch. So, Moment. Jetzt hinschmeißen. Hinschmeißen. Werfen. Mit O, genau. Das ist schon ein bisschen größer. Kodia Kienodon. Oh Gott. Das geht auch so wahnsinnig schnell. Das sieht aber echt schön aus, das Ei. Muss man mal sagen. Das Weihnachtsei. Ein wunderschönes Weihnachtsei. Und es schlüpft gleich. Es wird gleich ausschlüpfen, das Weihnachtsei. Das wunderschöne Weihnachtsei wird gleich ausschlüpfen. Ausschlüpfen. Oh, es ist niedlich. Oh, es ist so knuffig. Im Printen. Ja. Ja. Ein Welpe. Ich kann es petten. Oh. Hey. Hey. Hallo. Hey. Hey. Oh. Wie niedlich ist das bitte. Das ist toll, dass mir der Weihnachtsmann Babytiere schenkt. Das ist total super. Aber ich habe nichts zu essen für dich, kleines Baby. Genodon, du musst leider sterben. Nein, das ist alles gut. Natürlich muss es nicht sterben. Ich habe ja, wie gesagt, den Baby-Mager-Speed entsprechend reduziert. Auch Baby-Food-Consumption ist runtergedreht. Das wird kein Problem sein. Das wird nur spätestens dann ein Problem, wenn ich das Ganze wieder hochsetze. Dann sollte ich davor dann dafür sorgen, dass die Babys auch Nahrung im Inventar haben. Oder dass es hier irgendwo einen Futtertruck gibt. Sonst habe ich da wahrscheinlich dann ein kleines Problem am Ende des Tages. So, aber du bist noch auf Wondering, ne? Warte mal. Option. Ne, Moment, wie war denn das nochmal? Behavior. Disable Wondering. Genau, du kannst mal hier schön am warmen Feuerchen bleiben. Sag mal, überall Babytiere. Ein Baby-Jabua. Wie sieht es eigentlich bei dir mit dem Hunger aus? Ah, easy. Guckt mal, wie langsam das droppt. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles fein. Ja. So. Und jetzt haben sie ja, das stand da ja, ich kann da noch mehr Tiere bekommen. Also ich kann aus einem Ei, aus einem bronzenen Ei zum Beispiel, auch noch was anderes kriegen. Ein anderes Tier. Dann würde ich doch mal sagen, wo wir jetzt eh schon so lockerflockig dabei sind, organisieren wir uns hier nochmal so ein Ding. Weil da kann ja auch ein Babyotter zum Beispiel rauskommen, Alpinotter. Oder ein kleiner Grinch. Deswegen mache ich mir davon jetzt nochmal ein paar. So lange, bis wir alles haben. Bis wir alles mal gesehen haben, würde ich sagen. So, dann essen wir was mal. Immer schön nacheinander auch essen. Weihnachtsmann. Da ist er! Und die Nase vom Rentier, die glüht. So muss das sein. Wir haben es gerade gesehen. Was ist das? Ein bronzenes Ei. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ich mache das andere jetzt auch gleich nochmal, das andere Geschenk. Jawoll. So. Dann haben wir nämlich zwei Eier. Ich habe zwei Eier jetzt endlich mal, ja. Merry Christmas. In einem Sack. Dann haben wir gleich zwei Eier in einem Sack. Und das schmeißen wir jetzt mal hier hin. Oh, es ist direkt in mir gelandet. Klingt auch sehr falsch. Ist das nicht toll? Guckt mal, Zwillingseier. Fertilized Christmas Egg. Da sagt er nicht, was rauskommt. Baby Alpinotter. Jawoll. Mein Traum wird wahr. Ja, ist denn hier schon Ostern oder was? Das ist so cool. Das ist so super. Oh ja, das ist der Apfel. Oh, hast du schon ausgestipft? Oh, ist das niedlich. Oh, du bist so ein kleines, süßes Ding. Der Grinch. Wir haben den Grinch bekommen. Name your little Grinch. Hallo, Grinch. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der absolute Mega-Wahnsinn. Moment, ich will das nicht aufheben. Behaviour, this able-wondering. Und dann hier, Behaviour, this able-wondering. Warte mal, ich weiß, ich kenne einen super Namen für den Grinch. Warte mal. Der Grinch wird heißen Jim. So. Der Grinch ist Jim. Der muss Jim heißen. Das ist einfach so. Baby Jim. Ist das nicht super? Wir haben den Grinch. Ich finde das lustig, dass wir da den Mesopithikus genommen haben. Als Grinch. Passt irgendwie, oder? Das ist irgendwie witzig. Ein grüner Mesopithikus als Grinch. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, der Babyotter ist so süß. Ich muss die mal, ich muss die mal ein bisschen pfeifen, dass die alle mal so ein bisschen auf einer Ebene sind. Ein bisschen mehr. Kommt mal alle ein Stück zu mir rüber, bitte. Alle, bitte. Ja, sehr gut. Wenn ich die mal angucke, richtig. Ach, die sind... Ah, okay. Die sinken so ein bisschen in den Pfefferkuchenboden ein. Na gut, das macht ja nichts, wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe. Ein bisschen. Hallo. Der Grinch ist der beste. Das ist der absolut beste, der Grinch. Wir haben den Grinch. Super. Das war schon immer mein Traum, einmal den Grinch zu haben. Herrlich. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde. An dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Revived mit Randy's Christmas Mod. Und mal schauen, wir haben noch so viele Sachen, die wir uns angucken können. Wir haben noch lange nicht alles gegessen, was es an Gebäckstücken gibt. Wir haben noch lange nicht alles gebacken. Wir haben noch so viel, was wir uns angucken können. Das reicht noch locker bis Weihnachten. Bis nächstes Weihnachten haben wir da noch genug. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Revived. Bis dann, ciao, ciao.